So, du, jetzt mach mal der PC aus, mach mal das Handy aus, der Fernseher aus, dann gehst du in das Badezimmer, dann putzst du dich die Zähne, nicht vergessen, Schlafanzug anziehen, und dann husch ins Bettchen mit dir und die Hände über die Decke. Ich wünsch dir eine gute Nacht, und du schlafe und träume schön. Ja, tos und das, he he he.